Kamera läuft. Es sieht gut aus. Bei dir? Hä? Was war jetzt? Ja, scheiße. Sieht mal das halt hier rein. Läuft. Und bei dir? Oh, du musst doch... Ich muss das ja sagen. Läuft schon. Es gab ganz viele Menschen in den Kommentaren. Und deswegen haben wir da zuerst. Und dann gibt's eine kleine Chat. Und Chris unter anderem... Chris? Man sieht sich. Du musst auch weiterlaufen. Ich hau dir doch im... Du musst doch nicht gleich so ausflippen. War doch nur ne Frage. Bitte. Okay, ja? Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Du musst doch nicht so ausflippen. Ich hab dich nicht so ausflippen. Ich hab dich nicht so ausflippen. Kann man da auch sexuell sein? Ja. Ja. Steffi. Boah! Ist der auf den Rücken gefallen? Ja, der hat mehrmals versucht, einen Salto zu machen. Das ist der einfach noch nicht ganz reinfallen. Das hat aber nicht so funktioniert. Der Rücken sieht aus. Mach mal. Go. Ok, warte, hab halt direkt... Ich meine so... Was? Du so... Nee, warte... Schiebst der wein? Ja, ne... Nee, nochmal... Ich wollte doch nur freundlich sein... Warte, Entschuldigung, das musst du ja durch die Kamera sagen... Mensch, wenn du kein Fleisch isst... Nee, was nicht? Geht aber ganz schön ran, du! Du so... Ok, das reicht... Nee, ich lache hinter der Kamera... In die Kamera? Ja? Ich muss mich unbedingt mal wieder rasieren... Untenrum... Das sagen hiebst du auch nicht, ne? Die Ökos... Und dann mal beißen, was ich nicht verstehe... Nee... Nee... Was? Wie gesund Fleisch isst... Wenn du dein neuersten Hipster-Hales... Stand doch drinnen... Soll ich das jetzt wegschmeißen oder... Ich kann das alles nicht mehr aufessen... Mann! Was ist denn mit freiner Himmel? Ich hatte so einen Hunger! Das war schwierig... Oh, okay... Hast du die Nose gemacht? Ja... Das war ein Witz! Wenn du witzig wärst... Dann würdest du... Äh... Ja? Ja... Fass ich nicht... Was? Ja... Ich hab als Kind... Was? Ja!